Oh, wieder gerade los. Geht nicht ab. Es ist eine krasse Sache, wie heißt du? Stella. Stella! Habe ich den Namen nicht gerade im ersten Teil schon mal gehört? Egal. Du fühlst dich völlig wohl. Stella, wir machen einmal folgendes. Ich bewege, das ist übrigens Slow Motion. Stella, ich bewege den Arm einmal kurz nach unten. Stella, beruhige dich gleich an deinem Kopf. Spürst du, wie der Kopfschwärmiglei wird? Dein Kopf fällt einfach gegen meine Schulter und ich halte dich fest. Der Kopf schwer, beruhige deine Schulter, wird dein Körper schwärmiglei. Der Körper fällt gegen meinen Körper. Die Füße geben nach. Und gute Nacht. Und dann kann man mal klatschen, während du immer tiefer. Wir machen einmal folgendes. Beruhige dich an der Schulter, wie fühlen sich deine Augenlider gerade an? Schwer. Schwer? Passiert das? Was hilft das? Krass. Pass auf. Jetzt geht sie auf. Jetzt ist abgefallen. Wie heißt du? Selina, komm mal kurz mit. Stell uns hier einmal hin. Vorsicht, nicht drauf treten. Zahlt die Versicherung vom First Stage nicht. Genau. Füße einmal nebeneinander. Komm mal auf meine Hand. Haken wir einmal tiefer ein. Schlag. Der Körper wird schwer geblatt. Tief. Und fest. Auch da kann man mal klatschen. Werde eben. Nicht so im Zentrum. Das ist eine gute Antwort. Hatten wir bisher auch noch nicht. Nee, Quatsch. Pass auf. Wir stellen uns hier an. Das sieht witzig aus, ne? So ein bisschen. Füße nebeneinander. Streck mal die rechte Hand nach vorne aus. Perfekt. Ich zähle von 1 bis 3. Bei 3 drückst du deine Hand, meine Hand so feste nach unten wie du kannst. Ich drück so feste, wie ich kann deine Hand nach unten. Ja. Mach mal einmal dir Augen zu. 3. 1, 2, 3. Feste schlafen. Tief. Und fest. Auch da kann man klatschen. So. Jetzt nehmen wir ein kleines bisschen Schlafen. Einmal dir auf. Wenn du dich einmal auf den Stuhl setzen könntest, dass sich der Körper immer mehr entspannen kann, wie du dich völlig wohl fühlst. Schlafen. Tiefer fest. Schlafen. Tief und fest. Guter Kandidat. Schlafen. Ui. Sehr gute Kandidat. Tief und fest. Heiner, kann man mal klatschen. Und schlafen. Schlafen. Tief und fest. Schlafen. Tief und fest. Schlafen. Tief und fest. Tief und fest. Schlafen. Tief und fest. Du fühlst dich völlig wohl. Schlafen. Tief und fest. Die Augen bleiben. Okay. Schlafen. Tief. Tief. Tief und fest. Du fühlst dich völlig wohl. Schlafen. Die Augen bleiben fest. Geschlossen. Schlafen. Tief und fest. Du lässt die Augen fest. Schlafen. Tief und fest. 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 Vielen Dank.